Der vierte Teil des Fuego-Management-Modells beschäftigt sich mit der Frage, wie Innovationsmanagement in einem Fuego funktionieren kann. Sie sehen hier, Erneuerung und Veränderungen sind nicht etwas, was einem Fuego hinzugefügt werden muss. Es sind Fähigkeiten, die in einem Unternehmen eingebaut sein müssen, vergleichbar mit der Zellerneuerung eines Organismus. Strategie, Struktur und Kultur sind gewissermaßen die Einlasspforten für Innovation und Wandel. Hierzu wiederum Peter Drucker, da der Zweck eines Unternehmens darin besteht, einen Kunden zu schaffen, gibt es eigentlich nur zwei grundlegende Funktionen im Unternehmen, nämlich zum einen Marketing und zum zweiten Innovation. Marketing sollte aber durchaus anders verstanden werden, als man es weitläufig kommuniziert, nämlich als marktorientierte Unternehmensführung. Das bedeutet, dass der Kunde und dessen Bedürfnisse im Mittelpunkt des Unternehmens zu stehen haben. Marketing bedeutet, so weit als möglich in die Lebenswirklichkeit potenzieller Kunden einzutauchen, um bessere Problemlösungen anbieten zu können als die Konkurrenz. Die Notwendigkeit zur permanenten Innovationsfähigkeit eines Vuegos ergibt sich aus folgender Logik. Ein Unternehmen kann nicht permanent größer werden, aber es muss jeden Tag den Versuch starten, besser zu sein als am Tag zuvor. Also nicht immer größer werden, aber besser werden. Und das ist nichts anderes als Innovationsmanagement. Ein mögliches Ergebnis der Innovation ist ein andersartiges Produkt oder eine andersartige Dienstleistung, das oder die keine einfache Verbesserung darstellt, sondern, und das ist der wesentliche Punkt, sondern neues Potenzial für Befriedigung schafft. Vor allem geht es bei Innovation nicht grundsätzlich um Erfindungen. Die Innovation ist kein technologischer, sondern ein wirtschaftlicher Begriff, immer schon gewesen, die nicht-technologischen Innovationen, das heißt die gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen, sind zumindest gleich wesentlich als die technologischen. Wir können Innovation somit als die Aufgabe definieren, das Potenzial der menschlichen und materiellen Ressourcen zur Schaffung von Wohlstand für eine Gesellschaft zu erhöhen. Das Potenzial der menschlichen und materiellen Ressourcen